Ja, ja, dann darf ich mich gut gefahren. Es ist schwierig. Die nächste Sichtung ist dann in sechs Wochen in Laufheim. Und dann, glaube ich, wird Kildau. Das ist weiter von Waren. Wollen wir alle jetzt am Anfang mal loslegen? Das heißt, die sind fast alle da. Ja, das ist weiter von Waren. Das ist weiter von Waren. Das hat die Lea-Schwitlin vorbeigefahren. Die wollten wir auch der Welt machen. Ja. Dann sagt man hier das mehr als... Die anderen sind alle gut. Ja. Das ist weiter von Waren. Das ist weiter von Waren. Ja. Ich fahre selber einmal diese Becken. Und dann wird das Waren gut. Ja. 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 Allee! Tschüss!